In dem Video gucken wir uns das Kämpfen im Pokémon TCG Pocket an. Wir haben einmal die CPU-Kämpfe, einmal die Spieler-Kämpfe und das Ganze mit entweder selber erstellten Decks, mit Leih-Decks oder mit Themendeck-Vorlagen. Also man kann ja so das Beispiel Vorlagen angucken, aktuell sind keine drin, okay, sehr gut. Seine eigenen Decks kann man im Endeffekt schauen, welche man hier hat oder man erstellt im Prinzip ein neues, ja. Aber man braucht auf jeden Fall 20 Karten im Deck und das sollte auch, sagen wir mal, zusammenpassen, am Anfang mit ein paar Boostern ziehen. Das ist relativ schwer, ein eigenes Deck zu bauen, ja. Aber wenn man jetzt hier guckt, neues Deck erstellen, wir können uns mal ganz kurz ja mal angucken. So, dann wollen wir nochmal kurz Erklärung, neues Deck erstellen, die habe ich gerade gemacht. Jetzt könnte man hier, wie gesagt, 20 Karten auswählen von denen, die ich jetzt halt habe. Aber hier ein Deck rauszubauen, was wie gesagt funktioniert, na, wird ein bisschen schwer. Man kann auch automatisch machen, ja, hier zum Beispiel Pflanze und dann baut er im Endeffekt einem ein Pflanzendeck. Seht ihr, haben wir zum Beispiel hier, zack, 20 Karten. Das kann man dann hier so im Prinzip, oder halt ein Deck, was halt so harmonieren könnte. Aber wie gesagt, bei so vielen Karten, die ich aktuell habe, ist es halt sehr, sehr schwer, ein Deck so gesinnfertig zu machen. Aber das muss man selber entscheiden, ja, so wie man halt dann spielt. So, ja, da kann man vorgefertigte Decks haben wir ja auch. Man bekommt diese Leihdecks, indem man Aufgaben abschließt. Die haben wir hier unter Aufgaben. Dann gibt es unten den Bereich Deck. Und dann seht ihr hier, es gibt so Sachen, da muss man im Prinzip eine besondere Karte sammeln. Und dann schaltet man im Endeffekt das Leihdeck frei, aber auch nur begrenzt. Ja, also für manche Decks braucht man sogar mehrere Karten, dass man die Decks freischalten kann. So, ich würde sagen, wir starten mal in den CPU-Kampf. Wir sehen hier, es gibt verschiedene Stufen. Wir starten auf der ersten, gegen das Bisa-Knosp-Deck. So, gehen wir mal rein. Gucken wir mal, wie das Ganze abläuft. So, wir dürfen, glaube ich, hier das Galopper-Deck benutzen. Ja, ist halt, bei den ersten Sachen bekommt man halt im Endeffekt Decks, die halt im Vorteil sind. Ich meine, ist ja klar. Also, das soll ja am Anfang des Spiels, soll man erstmal das Ganze lernen. Und natürlich haben wir mit einem Feuer-Deck gegen einen Pflanzendeck einen kleinen Vorteil. Und wie gesagt, das ist auch die leichte CPU. So was haben wir dann nur als Karten. Gucken wir mal, wir haben hier Fucano, wir haben, also hier Galopper, Fucano, wir haben Pummeluft, Pokéball, nehme mal eine zufällige Basiskarte aus dem Deck in die Hand und wir haben Funifras. Ich würde sagen, wir starten mal mit Fucano. Okay, mit einer Hand spielen geht eigentlich. Ich würde sagen, wir packen nochmal Funifras hier unten rein und behalten unseren Zug. Weil wir haben ja erste Runde. Also wir haben Fucano. So, ich bin auf jeden Fall dran. Wir ziehen Infernoport, okay. Bringt uns aber rein theoretisch nichts, weil wir haben ja keine Weiterentwicklung. Feuerenergie haben wir auch noch, keine Ready. Wir könnten einen Pokéball spielen, um eine weitere Basiskarte zu ziehen. Ich würde mal gucken, wen wir bekommen. Ratzfratz, okay. Ja, das ist halt ein Normaldeck. Normal Feuer. Okay. Wir haben leider keine Feuerenergie bekommen. Für unseren Fucano. Was spielen Sie denn? Da, Taubsee. Okay, okay. Taubsee greift an. Ich bin am Zug. Okay. Wir haben einen Punita bekommen und eine Feuerenergie. Also Punita wegen auch Galoppa. Die Feuerenergie spielen wir auf jeden Fall auf Fucano. Die Energie ist ja eigentlich egal. Wir brauchen zwei. Das ist jetzt erst. Mist. Okay, wir können im Endeffekt nicht angreifen. Uns fehlt halt noch Energie. Ich hoffe, wir werden sie von Taubsee nicht platt gemacht währenddessen, weil er kann natürlich weiterhin, aber er greift nur mit 10 an. Das ist okay. So, Zug 5. Wir ziehen auch einen Taubsee. Wir haben die nächste Feuerenergie. So, zack. Spielen die auf unser Fucano und setzen erstmal Biss ein. War nämlich 20 Schaden. Wir holen nämlich auf jeden Fall ein bisschen mehr auf. So, um alles weitere, außer wir würden jetzt Arcani ziehen, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht auf Fucano mehr gehen, sondern auf unser Galoppa unten dann gleich, weil ihr seht jetzt, wir können jetzt hier nämlich Galoppa draus machen. Zack. Wir entwickeln das schon mal. Bauen das nebenbei auf. Falls unser Fucano nicht länger überlebt, irgendwann wird es euch nicht platt gemacht, bauen wir schon mal unser zweites Mon auf. So, Taubsee, Grafetta mit 10 an. Da kommen wir easy entgegen. So, wir haben jetzt hier ein Radikal. Wir könnten jetzt eigentlich das weiter hier runterspielen. Komm, wir können aber, um die Karten ein bisschen loszuwerden, wetzen wir ratzfratz. So, jetzt besiegen wir schon mal das erste Pokémon. Das taubst sich schon mal platt. So, zack. Wir bekommen einen von drei Pokémon. Man muss ja drei Karten des Gegners zerstören, um zu gewinnen. Oh, er geht mit dem Baumwoll rein. Okay. Aber das ist natürlich ein... So, ich will das mal. Ich wollte mir die Karte angucken. Kann ich mir die angucken? Nö, darf ich nicht. Okay. Ich habe gedacht, ich könnte mir sie angucken. Er spielt mit 10. Wir haben nur noch zwei Angriffe. Neues Punita bringt uns aber nichts. Ähm... Ähm... Ich will das jetzt... Die A-Doc-Rei brauchen. Oh, Leute, es hat nur einen einzigen. Ich hätte gar nicht die drei draufpackt. Ich bin so dumm. Hätte man mal gucken müssen. Es hätte eigentlich gar nichts gebracht. Er kann gar keine Attacke, die so oft eingesetzt werden kann. Wegen natürlich der Typenschwäche waren wir doppelten Schaden. Oh, er greift mit. Ist das gleiche? Eigentlich macht es auch keinen Sinn, dass er die zweite Energie darauf gespielt hat. Oh, Forschung des Professors. Äh, ziehe zwei Karten. Ähm... Ich behalte ihn mal. Ich weiß nicht, ob es einen Arcani in diesem Deck gibt. Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt. Wir spielen... Wir kriegen einen Pokéball und einen Fucano. So, okay. Ähm... Wir müssen auf Phonifras. Und wir gehen hier auf Biss. Hauen wir das Wombol weg. Zack. Jetzt dürfte wahrscheinlich die Runde unser Fucano-Blatt gemacht werden. Oder? Er hat ja eigene Energie drauf. Ja, er dürfte eigentlich unser Fucano-Blatt machen. Das sollte eigentlich funktionieren. Klecks, zack. Ja, Fucano ist down. Aber das ist kein Problem, wenn wir jetzt mit unserem Galopper nach vorne gehen. Ähm... Dürfte sogar ein One-Shot sein. Das heißt, wir spielen jetzt nämlich Galopper. So, ich bin auf dem Zug. Jetzt ziehen wir wahrscheinlich einen Arcani, oder? Ne, ein Thermobot. Okay, das ist nice. Packen wir mal runter, falls irgendwas passieren sollte, was ich jetzt nicht denke. Und machen jetzt hier Flammenmähne. Bam. Ja. Und da ist es down. Erster Match. War doch schon mal ganz entspannt. Gegen die CPU. Aber wie gesagt, es war halt nur ein CPU-Battle. Es war jetzt kein Spieler-Battle. Yay! Sieg. Mit Fucano wahrscheinlich Karte des Matches. Gucken wir mal. Äh... Achso, Top-Karte. Ja, sieg sogar gespielte Züge. Deine Punkte. Okay, also man erkennt auf jeden Fall, welche Pokémon... Welche Karte die Top-Karte war. Wir hatten hier im Prinzip so Aufgaben. Bringe vier Basis-Pokémon ins Spiel. Ähm... Bringe das aktive Pokémon. Das ging einmal mit einer Attacke eines Feuer-Pokémon. Ja, also... Da gibt es so deine Aufgaben. So, zack. Die haben wir uns eingesammelt. Man bekommt XP. Die einmalige Belohnung für das Abschließen. Gibt es also auch noch ein bisschen was obendrauf. Und neuer Gegner freigeschaltet, das Clutexo-Deck. So, gucken wir uns das mal an. Dürfen wir jetzt ein anderes Deck spielen? Ne, wir bleiben dann, glaube ich, bei dem... Okay, wir kriegen aber hier kein neues Deck. Das heißt, wir spielen hier auf jeden Fall weiter mit dem Galopper-Deck. Da wird es ja wie immer nicht mehr typenvorteilmäßig. Äh... Interessant. Aber hier habt ihr gesehen, so sind auf jeden Fall die Battles aus. Ja, wie gesagt, eins von sieben abgeschlossen. Gibt ein paar Punkte. Äh... Wahrscheinlich auch ein paar Aufgaben gehe ich von aus. Immerhin sehen wir... Nein, wollte ich gar nicht. Ups. Wollte zu Aufgaben. Aber doch hier, ihr seht, zack. Spieler in einem Battle. Bekommt ein paar Punkte. Ja gut, vier. Es waren sogar ein paar. Was? Sechstens... Ne, 24. Wann schon wieder Not. Dann sind zwei Packs öffnen. So. Und das Ganze, wie gesagt, würde auch halt so gegen Spieler funktionieren. Die machen wir dann Zufalls-Match. Oder halt private Matches gegen Leute, gegen die ihr halt spielen wollt. Und dann könnt ihr hier ganz normal spielen. Und wie gesagt, aus den Belohnungen könnt ihr euch ganz entspannt noch ein paar Packs holen. Können wir jetzt auch nochmal eigentlich nochmal zwei aufmachen. Dann haben wir unterhalb der Karte zwei verdient. Vielleicht ziehen wir nochmal eine Karte, mit der wir ein eigenes Pack. Da oben die Visa-Floor-Karte wäre zum Beispiel. Ah, guck mal oben. Warte mal, hier sieht man es ja genau. Ist hier auch die Visa-Floor-Karte drin, wenn wir das Deck haben wollen. Ähm... Ne. Und nicht den Besitz, den Salah. Ja, ist mir klar. Ich will auch gucken. Okay, aber auf jeden Fall, wenn man hier guckt... Nein, ich will nicht, das Bild ist hier drüben. Hier sind auf jeden Fall andere Karte. Oh, da ist eine Gengar-Fuller drin. Und bei dem Pikachu... Knuddeluf. Turtork ist hier drin. Labras. Das ist eine Susana-Karte, haben wir gerade eben gesehen. Da ist ein Klurak drin. Komm, wir probieren. Probieren wir das Pack? Ja, komm, vielleicht fürs Feuerpack oder so. So. Also, da haben wir genug Punkte. 85, haben wir gerade gesehen. Also, man erspielt sich eigentlich ziemlich gut, diese Währung, um die Packs aufzumachen. Also, da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. So, wir spielen das Pack. Zack. Zack. Ein Quopsil, ein Golbit, ein Domfossil. Oh, wir haben einen Clutexo bekommen. Also, auf jeden Fall schon mal die erste Karte, falls wir mal ein Clurak-Deck spielen wollen, haben wir schon mal einen Clutexo. Schon mal nice. Fällt mir noch Clurak. Ja, zwei, einen haben wir schon mal. So. Packen wir die rein. Jetzt haben wir 58 Karten auf jeden Fall schon bei uns drin. Nice. Mal überspringen. Achso, ich kann mal gleich sagen, ich habe vorhin noch eine Karte gezogen. Da hatte ich gerade die Aufnahme nicht laufen gehabt und habe es einfach mal so gezogen. So. Zack. Weiter hier öffnen. Nächstes Pack. Quopsil, Knofensa, Tangela, Tressella und Pyro. Oh, okay. Ich würde sagen, alle guten Dinge sind drei. Drei Packs machen wir mal auf. Die Drop-Chance von Packs ist natürlich nicht so ganz hoch. Muss man natürlich sagen. So. Ich kann mal ganz drüber die Karte zeigen, die ich vorhin gezogen habe. Die müsste eigentlich... Ah, hier unten war sie gerade. Die habe ich vorhin aus dem Pack noch gezogen. Die Drago-Rad-Karte. Die finde ich nice. Die gefällt mir wirklich richtig gut. Muss ich sagen. So. Komm auf, wenn ihr bitte Kicker Nachrichten zu schicken. Das wäre auf jeden Fall nice. Danke. So. Dann haben wir das zweite Pack aus. Dann ist das dritte Pack so. Dann haben wir immer noch ein paar Punkte übrig. So. Wir machen mal hier mal links drin. Und wir wählen das. So. Gucken wir mal. Alle guten Dinge sind drei. Knofensa. Haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. Macholo, Neu, Radikal, Knierficht und Lavados. Nice. Wir haben eine Lavados EX-Karte gezogen. Cool, cool. Boah, die ist auch immer auch fett. Also, Feuerdeck ist im Coming, habe ich gehört. Weil das Geile bei Lavados natürlich auch ist eine Basiskarte. Was ich ziemlich cool finde. Und wir haben jetzt natürlich hier nur eine drei Energieattacke. Aber die eine Energieattacke ist, wirf drei Münzen, lege pro Kopf eine Feuerenergie aus deinem Energiebereich beliebig an die Feuerpokon auf deiner Bank an. Okay, also kann man auch vielleicht ganz cool nutzen. Aber Lavados EX, nice. Kommt auf jeden Fall, wenn wir ein Feuerdeck machen, auf jeden Fall dazu. Cool. 98 Karten haben wir gezogen. Sollen wir aufhören, wenn es am schönsten ist. Na komm, wir haben 98. Ne, wir haben nicht 98 Karten. Umsteht, umsteht, wir haben 68 Karten. Ja, da würde ich sagen. Mit Lavados EX kann man doch auf jeden Fall mal die Aufnahme für dieses Video enden. Wenn ihr Bock habt, kann ich gerne mal ein paar Battles aufnehmen. Kann nochmal gerne ein Fazit Video machen. Wenn ihr da Lust drauf habt, schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Und da wird es auf jeden Fall noch ein bisschen was geben. So Leute, dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.